Wir kommen nun zur Aussprache und ich darf als ersten Redner Herrn Herrn Kollegen Hanisch das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es geht heute um das Kommunalwahlrecht, es geht um das Honschi-Verfahren. Ich glaube, das muss man nicht näher erläutern und begründen. Ein Verfahren, das bis zum Jahr 2010 das gängige Verfahren war. 2010 hat dieser Bayerische Landtag einstimmig diese Möglichkeit des Honschi-Verfahrens wieder geändert. Einstimmig, Herr Kollege, selbst wenn Sie damals noch nicht dabei waren, lesen Sie die Protokolle. Es war die einhellige Meinung dieses Gremiums und jetzt wird beabsichtigt, das wieder einzuführen. Meine Damen und Herren, das ist für mich, das ist für die Fraktion der Freien Wähler eine Frage der politischen Ehrlichkeit und eine Frage der politischen Grundüberzeugung, ob man dieses Wahlrecht wieder einführt. Wir wollen deshalb kein Honschi-Verfahren mehr diesen Machtmissbrauch stoppen. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz, diese Regelung wieder einzuführen, das würde bedeuten, viele kleine Parteien ganz eklatant und deutlich zu benachteiligen. Jetzt glaube ich, ist es relativ unstrittig, dass wir Freien Wähler, es geht hier um die kommunale Ebene, dass wir dort die zweitstärkste Kraft sind und dass wir dort unendlich viele Bürgermeister stellen, Kreisräte, Gemeindräte, Markträte und dass wir uns, könnte jetzt jemand argumentieren, mit dieser Wiedereinführung ja durchaus einen Gefallen tun könnten. Meine Damen und Herren, mitnichten. Wir sind der Auffassung, dieses System hat ausgedient. Dieses System hat in einem Gesetz für die kommunale Ebene nichts zu suchen. Meine Damen und Herren, wenn man einmal hier in diesem Gremium vor sieben Jahren sich dafür entscheidet, diese Regelung abzuschaffen, sie aber dann sofort, wenn man die absolute Mehrheit wieder hat, wieder einzuführen, das ist in meinen Augen Machtmissbrauch und der ist zu stoppen. Was Sie hier vorhaben, ist einfach die parteipolitische Konkurrenz mit einfachen Mitteln auszuschalten und das halten wir nicht für gut. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen am Beispiel der Stadt Regensburg mal sagen, wozu es führt. In Regensburg, wenn man nicht das Harry-Niemeyer-Verfahren gehabt hätte, sondern das Dehonsch-Verfahren, dann hätte die CSU zwei Stimmen dazugewonnen, die SPD eine Stimme dazugewonnen und die kleinen Gruppierungen hätten diese drei Stimmen verloren. Meine Damen und Herren, hier wird der Wählerwille nicht berücksichtigt. Hier wird der Wählerwille nicht entsprechend abgebildet. Das ist kein Spiegelbild mehr. Die Sitzverteilung muss den Willen des Wählers widerspiegeln. Das ist eine ganz klare Forderung, meine Damen und Herren. Und wenn Sie die Spiegelbildlichkeit anschauen, die im Grundgesetz geregelt, in der Bayerischen Verfassung geregelt ist, die vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde und in den Gemeindewahlgesetzen berücksichtigt ist, die wird durch das Dehonsch-Verfahren, da gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, gerade noch eingehalten. Aber auch dort ist sehr deutlich darauf hingewiesen worden, dass das ein Grenzverfahren ist. Und das wollen Sie allen Ernstes der kommunalen Ebene wieder aufs Auge drücken. Wir sagen Nein zu dieser Absicht. Meine Damen und Herren, wir haben ein Anführungsverfahren beschlossen im Innenausschuss. Und bei diesem Anführungsverfahren, da haben wir auch mitgestimmt, weil wir der Meinung sind, dass in diesem Anführungsverfahren auch mal alle drei Verteilungssysteme, die gängige Praxis sind, so Lüge Schäppers, das Heil-Niemacher-Verfahren, dass die Honsch-Verfahren beleuchtet werden und weil man da die Möglichkeit hat, sich mit diesen drei Verfahren noch mal vertraut zu machen. Aber ganz klar und deshalb heute trotzdem dieser Dringlichkeitsantrag. Wir sind der Auffassung, die HOND hat in unseren Gesetzen nichts mehr zu suchen. Lassen Sie mich in der noch kurz verbleibenden Redezeit vielleicht mal vorlesen, was in der Presse zumindest so stand, was Ihrer Herr Ministerpräsident dazu sagt, zu dieser Absicht. Ich pflege eine Koalition mit den Bürgern. Und wenn man die absolute Mehrheit hat, dann kann man nicht durch eine Änderung des Wahlrechts ein Wahlrecht verabschieden, das nur einer nutzt, der CSU. Mein Projekt ist das nicht, dem werde ich nicht zustimmen. Zitat des Herrn Ministerpräsidenten in der Presse ohne Widerspruch so abgedrückt. Meine Damen und Herren, das wollen wir nicht. Und deshalb unser Antrag. Wir wollen ein Wahlsystem, das den Wählerwählern...